so letzte folge was vielleicht also hier kommt zurück zu let's play call of duty modern warfare wir sind immer noch dran wir suchen noch barkov und hadir ich mache jetzt mal hier ein bisschen licht aus die frage ist was bedeutet dieses 451 so 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 haupt aus 52 meter von hier hier ist alles beleuchtet wie in einem scheiß fußballstadion ab in den zweiten stock sofort ich arbeite daran dass ich das lampenmaus ich habe ja 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 ah scheiße ich hab den nicht gesehen ich wusste nicht wo der war ich ja 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 Was ist passiert hier? Was ist passiert hier? Ich kenne mich hier dann reinzukommen. Was ist los? Ist er wieder rausgekommen, oder nicht? Oder geht hier wieder rein? Scheinbar nicht. Okay. Danke. Danke. Joachim. Joachim. Den hat erledigt. Ich sehe alles, wo er leuchtet. Geh in den zweiten Stock. Geh in den zweiten Stock. Geh in den zweiten Stock. Ei, ei, ei. Schau mal schon. Boah, alter Verwalter. Was geht hier mit den Leuten ab, ey? Ja, schon klar. Ich brauche AK-47. Hier. Nehmen wir die mal mit. Die mit dem Schalldämpfer. Begib dich in den zweiten Stock. Wir müssen uns beeilen. Unterwegs in den zweiten Stock. Nicht schießen, bin oben. Öffne die Tür. Ich geb dir Deckung. So. 451. Gebrauchen Sie ihn wirklich. Blöder Mist. Wo ist Barkov? Er ist nicht hier. Schützt ihr ihn etwa? Nein. Wir holen dich. Komm. Wartet. Ich bin nicht euer Feind. Seht. Ich weiß, wo das Gas herkommt. Ich habe den Standort. Das ist Barkovs Chemiefabrik? Ja. Ich will sie zerstören. Wir sind auf derselben Seite, Captain. So nicht. Dann helft uns. Bitte. Helft meiner Schwester. Leise. Runter! Ich habe dich im Auge gehabt. Ihr verarscht mich nicht. Die Tür klemmt. Kein. Die Tür klemmt. Kein. Wolter! Wir sind ja schon hier in die Gemeinde. Das war ein Stück ins Westen. Es hat hier. Dafür bin Barkov Köpfe vor. Wir müssen ihr weg! Zuford! Schieß weiter auf die Russen! Hilfe! Geh Bedeckung! Bist du verletzt? Auf die Beine! Wir verschwinden hier! Auf die Beine! Auf die Beine! Wir verschwinden hier! Auf die Beine! Der Ausgangstunnel ist im Norden! Weiter! Geht durch die Gebäude! Los! 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 Lass uns fest zu kriegen! Schuhe! Lass uns! Blatt mit Deckungsfeuer! Läser! Läser! Das verskalliert das ganze Ding! Mein Name! Der Ausgangsstunde ist im Norden. Weiter! In die Gebäude und auf dem Bereich des V1. Der Heli hat sich angeboten. Ich sehe den Tunnel. Verschlossen! Reiß! Ich brauch was um sie zu öffnen! Nimm den hier! Oh Scheiße! Hm. Wir bringen das zu Ende, oder? Hm. Wir brauchen Hilfe. Hoffen wir darauf. Geh! Geh! Ah! Geh! 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 Hallo! Geh! 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 Ich weiß, wie das läuft, Käpt'n. Diesmal nicht. Sie gaben Hadir an die Russen. Die töten ihn. Wenn er Glück hat. Wieder retten sie die freie Welt, Käpt'n Preiss. Hadir fand Barkovs Labor in Ostgeorgien. Die Gasfabrik. Er wollte sie zerstören. Hadir ist völlig irre. Wir sind alle etwas irre, oder? Habe ich recht, Alex? Auf jeden Fall, Sir! Wenn du hilfst, vollenden wir, was er begann. Sie sind ein guter Freund. Und bestimmt ein schlimmerer Feind. Aber ich falle nirgendwo ein. Ich verteidige mein Volk hier, in der Heimat. Manchmal ist die beste Verteidigung. Alles da. Pläne. Personal. Verstehe. Eine Miliz ohne Verbindung zum Western könnte das machen. Und Schuld wären die Terroristen, oder? Es war gut, ihnen zu trauen. Ist Barkov dort, ist er mein. Das ist eine Geheimoperation, um Barkovs Labor zu zerstören. Nikolai ist bereits drin. Ergibt euch die Sprengsätze. Zwei Teams infiltrieren. Garrik und ich platzieren Sprengsätze an der Pipeline. Farah und Alex besorgt einen Zünder von Nikolai und präpariert die Heizkessel. Ist der Sprengstoff platziert, bringt euch in Sicherheit und zündet ihn. Leswoods Luftunterstützung räumt frei. Der Rest liegt bei uns. Token ohne Schutz, norseite der Brücke. Feuer frei. Verstanden, die Themen sind hier. Warte, 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 warte. Ding doch. Jemand zu Hause? Wir nach. Yalla, yalla. Perimeter aufgeschlagen. Wir rücken vor. Ich übergebe die Angriffskontrolle 3-1. Lufteinheiten gehören auf. Bestätigt. Gut gemacht, Held. Ihr habt die Kontrolle 3-1. Schießt clever. Watch her ender. Na dann, auf. Direkt vor. Jaguar 4-7, hier Echo 3-1. Feuer frei. Echo Jaguar 1 bereit für Befehle. Schützen auf den Kahn. Russische Luftunterstützung räumt an. Da geht's, Dörfer. Sie bewegen sich oberhalb. Nach oben zielen. Ich sehe Sie. Nach oben zielen. Nach oben zielen. Ich habe zwei erwähnt. Wir haben die ganze Gruppe erwähnt. Ja, ziisch. Jetzt hier in Deckung. Pakita am Befeuer. Kein Treffer, nicht anpassen, erneut angreifen. Ich muss jetzt gucken, dass ich ein bisschen nachlade, weil die Drohne mitmacht. Die Drohne ist weg. Die Drohne ist weg. Die Drohne ist weg. Deco, Jaguar in Position. Waffen scharf. In Deco. Waffen frei. Die Drohne ist weg. Die Drohne ist weg. Die Drohne ist weg. Auf dem Hügel. Die Drohne ist weg. Die Drohne ist weg. 3-1, Jaguar zurück im Einsatz. 3-1, sofort Luftfunterschüssel und anordern. Ich brauche einen Dekon. Ich brauche einen Dekon, dich an der Barriere. Sehr sicher. Alex, wir brauchen Luftunterstützung. Beobacht! 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 Barcage aufgefochert. Schlepper, Sie haben eine große Barcage ausgestattet. Gefeiert. Ja! Voll. Beobacht! Nein, nein, habe ich erwischt. 3-1, sofort Luftunterstützung am Vorrang. Feinde auf der Straße! Gebt mir Deckung! Gefeuert! Kein Effekt beim Krieg! Raketer! Daneben! Zählanpassung! Echo, Jaguars Waffenladen nach. Bereithalten! Echo, Jaguars Position. Waffe scharf. Ich brauche Deckung! Feuer frei. Kein Treffer! Ziel anpassen! Erneut angreifen! Fast oben! Schneller! Feind! Feind! Dein Bunker! Hörst du! Es ist General Barkov! Er ist hier! Lassen wir das ein Grab werden! Aufgefängst das Jungen! Feuer! Hörst du! Das war natürlich nicht für die gute Idee! Es ist General Barkov! Er ist hier! Lassen wir das ein Grab werden! Aufgefängst das Jungen! Super! Aufgefängst das Jungen! Hier ist ja nichts drin! Hier ist ja nichts drin! Aufgefängst das Jungen! Loser! Ja, wir sind jetzt! Vorgangst das Jungen! Aufgefängst das Jungen! Aufgefängst das Jungen! Aufgefängst das Jungen! Aufgefängst das Jungen! Den hat erledigt, den hier liegt. Der hat erledigt. Ja, die sind tot. Weiter. So, sorry, wenn ich ein bisschen weniger quatsche zwischendurch. Ich glaube aber daran, dass ich halt, wie gesagt, zwischendurch mich extrem konzentrieren muss. Gerade, wo die Gegner sind. Na dann, los. Da schauen wir uns dann mal in der nächsten Folge an.